Zusammen, ein Monat ist wieder rum und viele warten darauf und deswegen ist es jetzt auch wieder soweit. Und zwar wird es die monatliche Bonus-Code-Verlosung für alle World of Tanks-Spiele unter euch geben. In dem Fall natürlich, wie auch das letzte Mal, der T-127 und 850 Gold sowie ein Garagen-Stellplatz wird es geben. Und ihr wisst ja mittlerweile, also jeder, der abonniert hat und kommentiert, ist automatisch dabei. Das heißt, ich fahre hier random einfach mal ein bisschen über die vorhandenen letzten Videos und schaue auch gar nicht hin und bleibe stehen bei dem Charioteer. Da gehen wir jetzt einfach mal hier in das Video rein. Da muss ich natürlich schon in altbekannter Manier hier oben das raus. Dann die Video-ID, zack. Aykaramba. Single comment allowed. Let's see who's the winner. Schauen wir mal, wer der Glückliche sein wird. Auch für mich immer schön, wenn man jemanden beglückwünschen darf. Noah M. So. Hat da was kommentiert. Das schaut auch ganz gut aus. Jetzt schauen wir auch noch, ob er wirklich dementsprechend ein Abonnent ist. Da ist er ja schon, der Noah. Kanal. Kanäle. Zack. Da hat er doch schon ein bisschen was. Da sind... Ah, da bin ich. Ja, sehr gut. Noah, dann darf ich dich beglückwünschen. Schön, dass du gewonnen hast. Freut mich sehr. Auch ein schöner und sinniger Kommentar. Von dem her vielen lieben Dank. Und ich wünsche allen anderen toi, toi, toi fürs nächste Mal. Und ihr wisst ja, bei mir gibt es immer wieder was, von dem her. Ja, einfach mitmachen und beim nächsten Mal mehr Glück haben. Ich drücke euch allen die Daumen. Bis bald. Euer Aykaramba. Tschü. Dann auch.